so hallo zusammen in der heutigen produktvorstellung möchte ich euch unsere neue t-rex braid vorstellen wie ihr hier sehen können eine vierfach geflochtene schnur in der farbe dunkelgrün erhältlich ausschließlich auf 1500 meter spulen da die vierfach geflochtene schnur einfach ein super preis leistungsverhältnis hat und nicht exorbitant teuer ist und daher auf 1500 meter spulen da könnt ihr euch auch ohne dass man wie bei kleinen spulen viele verschnitte hat dass es für die nächste rolle nicht mehr reicht mehrere rollen damit bespulen und ihr habt immer eine reserve dabei in erhältlichen durchmessen von 0,08 mm bis 0,20 mm daher vom leichten forellen über das barschangeln bis hin zum schweren raubfisch angeln für jeden entsprechender passender durchmesser dabei beispielsweise zu der traggraft die 0,10 millimeter beträgt 4,8 kilogramm diese durchmesser sowie die traggräfte sind ehrlich angegeben und keine erfindung was man oft so auf dem markt erhält da steht auf 0,10 mm mit einer traggraft 10 12 kilo das ist völliger blödsinn entweder stimmen die traggräfte nicht oder stimmen wir auf die angaben der durchmesser nicht müsste mal nachprobieren was man zu schnur selbst sagen kann einfach eine sehr hohe abrieb festigkeit da die vier stränge sehr eng gewickelt worden sind sowie eine hohe knoten festigkeit die schnur lässt sich super weit werfen und auch ideal geeignet für das angeln mit baitcasting rollen wenn ihr hier eine vierfach geflochtene nach achtfach geflochtenen einfach vorzieht wie schon gezeigt in der farbe dunkelgrün eine klassische farbe für das raubfisch angeln eine sehr dehnungsarme schnur und probiert einfach selbst mal aus super breich leistungsverhältnis bekommen die bei eurem teckel dealer in diesem sinne viel erfolg beim testen und petri heil im wasser